Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Veranstaltung in unserem Rahmenprogramm zur aktuellen Sonderausstellung im Tiefenrausch, Film unter Wasser. Mein Name ist Michael Kinzer, ich bin Kurator der Ausstellung. In der Ausstellung selbst geht es vor allen Dingen um die Ästhetik, um Genre-Klischees, um Standardsituationen des fiktionalen Unterwasserfilms. Und hier im Begleitprogramm wollen wir quasi von anderen Perspektiven aus das Thema beleuchten. Und heute geht es um das eigentliche Filmen unter Wasser, um das Aufnehmen von Aufnahmen wie jene, die wir da gerade eben gesehen haben. Im Anschluss sollte eigentlich der Dokumentarfilm Dolphin Man laufen. Ich hoffe, alle haben mitbekommen, dass dies nicht der Fall ist und stattdessen Le Grand Bleu im Rausch der Tiefe von Luc Besson läuft. Dolphin Man ist der Dokumentarfilm über Jacques Mayol und Luc Besson hat daraus einen Spielfilm gemacht. Dolphin Man werden wir nachholen. Das heißt, Sie haben die Gelegenheit, den Film zu sehen im nächsten Monat. Und wer jetzt plötzlich überrascht ist und das noch nicht wusste und sagt, ich will aber unbedingt Dolphin Man heute sehen, hat natürlich die Gelegenheit, nach Hause zu gehen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie hierbleiben, um Le Grand Bleu zu sehen, der natürlich ein absoluter Klassiker des Unterwasserfilms ist. Aber jetzt geht es erstmal um die Aufnahmen, die wir hier gesehen haben und um die beiden, die Sie gedreht haben. Ich begrüße ganz herzlich Claudia Schmidt und Hendrik Schmidt. Herzlich willkommen. Auch bekannt als The Jet Lagged. Und das trifft es wahrscheinlich auf den Punkt, weil ihr seid gestern, vorgestern erst von den Philippinen zurückgekehrt. Die müssten an sein, genau. Wo ihr ebenfalls Unterwasseraufnahmen gedreht habt. Kommt da der Name Jet Lagged her, weil ihr die ganze Zeit um die Welt reist, um Unterwasseraufnahmen zu drehen? Tatsächlich, ja. Wir sagen immer, wir sind jetlagged, haben keine Ahnung, wie viel Uhr es ist und wissen auch nicht, wo wir sind. Also hallo Berlin, schön hier zu sein. Also wir sind vorgestern morgens um sieben aus den Philippinen zurückgekommen, nach einer 70-tägigen Drehreise. Und wir haben jetzt 2.25 Uhr, also es könnte sein, dass wir zwischendurch mal ein bisschen wegnicken. Die Aufnahmen, wie wir da eben gesehen haben, sind die auch auf den Philippinen entstanden oder wo habt ihr die gedreht? Also was man in dem Film gesehen hat, ist eigentlich hauptsächlich Indonesien gewesen, wenn ich mich jetzt da genau erinnere. Verschiedene Orte in Indonesien. Das ist halt ein Land, in dem wir sehr viel über die letzten Jahre hinweg gedreht haben. Ist auch eins der wirklich allerschönsten Unterwassergebiete. Und in dem Film hat man so ein bisschen Best-of gesehen, würde ich sagen. Ihr dreht alle möglichen dokumentarischen Kurz- und Lang-Formate. Ihr dreht 360-Grad-Filme für Virtual Reality-Erfahrungen. Das hier hat auch so ein bisschen Promotional-Charakter. Wie ist das? Ihr habt gesagt, ihr habt jetzt gerade fünf verschiedene Projekte irgendwie gedreht. Wie entstehen diese Filme? Wie kommt ihr zu diesen Projekten? Also es hat alles vor elf, zwölf Jahren angefangen. Wir haben angefangen zu tauchen. Ich war schon Filmemacher zehn Jahre davor. Und dann habe ich mir gedacht, oh, tauchen ist ja super. Ich glaube, ich nehme meine Kamera mit darunter. Und so hat das alles angefangen. Und am Anfang haben wir Kurzfilme gemacht über die Schönheit der Ozeanen. Und auch Promotional-Filme tatsächlich für Tauchreisen am Schluss oder Resorts, wo man tauchen kann, und Schiffe. Nur uns ist sehr, sehr schnell klar geworden, dass das nicht genug ist. Also dass wirklich alle unsere Filme haben einen sehr großen Conservation-Anteil und sind sehr umweltschützerisch am Schluss. Weil wenn man lang genug taucht und seinen Kopf unter Wasser drückt, kann man nicht mehr wegschauen vor dem, was dort passiert. Und somit haben wir tatsächlich ganz am Anfang noch Kurzfilme gemacht, so 20-sekündige Clips vor zwölf Jahren. Hat das Internet aber noch nicht verstanden. Da waren wir unserer Zeit voraus, also wurde mir gesagt, Hendrik, mach was Längeres. Und haben angefangen, Kurzfilme zu machen, so sieben Minuten über Probleme im Ozean. Das geht los bei natürlich Plastik. Das ist tatsächlich überall, bis hin, dass eins unserer Riffe, das wir seit Jahren kannten, vor unseren Augen in zweieinhalb Wochen weggestorben ist. Also die Bleiche, die da passiert ist, da haben wir Filme drüber gemacht. Und dann haben wir angefangen, unseren ersten langen Film über Mantarochen zu machen. Und so kam das eine zum anderen. Und jetzt sind wir, wir werden auch natürlich gebucht von Fernsehsendern, hauptsächlich Arte momentan, wenn es halt darum geht, Unterwasseraufnahmen herzustellen. Und so machen wir sozusagen Auftragsarbeiten fürs Fernsehen. Und zwischendurch organisieren wir unsere eigenen Drehs, unsere eigenen Drehbücher und probieren oder machen Filme am Schluss nach unserer eigenen Nase. Aber du sagst, ihr habt einen Film-Background, also ihr habt eine Ausbildung als Filmmacher, als Regisseur, als Kameramenschen. Wie genau ist da der Werdegang? Der Werdegang ist, dass ich während des Studiums hier in Frankfurt mein Studium finanziert habe, indem ich für das deutsche Fernsehen hier für RTL und, was war das andere, HR, na klar, Hessen, gearbeitet habe als Kameramann. Und dann bin ich meinen Weg weiter als Regisseur gegangen über viele, viele Kurven und alles war dabei. Ich habe lange, lange Kunstfilme in Berlin gedreht und Musikvideos gemacht und dann irgendwann gesagt, so, das war's, ich gehe jetzt unter Wasser. Ja, und ich habe einen Hintergrund in der Mediengestaltung, allerdings eher so in der Richtung Grafikdesign, in der Richtung, aber auch immer sehr visuell geprägt schon. Und Biologie, Meeresbiologie war für mich immer schon super faszinierend. Hätte ich nicht Grafikdesign beruflich gemacht, wäre ich wahrscheinlich irgendwo in der Biologie gelandet. Meeresbiologie habe ich eigentlich nur nicht gemacht, weil das in Deutschland nicht so, habe ich damals gedacht, mein 16-jähriges Ich ist nicht so wahnsinnig spannend. Und als wir dann angefangen haben zu tauchen, kam aber diese ganze Leidenschaft wieder hoch und ich habe dann auch einfach Spaß daran gefunden, eine Kamera mit unter Wasser zu nehmen. Ich habe das nicht gelernt, ich habe das ein bisschen autodidaktisch gemacht und natürlich Hendrik hat mir da so die ganzen Tricks und Kniffe verraten. Und dann hat sich das bei uns so ein bisschen aufgeteilt, dass ich dann mehr so die Kameraarbeit unter Wasser übernommen habe. Ich habe unglaublich viel Spaß daran, die Tiere zu filmen unter Wasser, die Verhaltensweisen vorher zu studieren, damit ich weiß, wie ich da an die Tiere rankomme. Und Hendrik hat dann so ein bisschen mehr die Regiearbeit übernommen. Okay, dann kommen wir doch jetzt mal wirklich zum Filmen unter Wasser. Was sind denn da die größten Herausforderungen? Ich stelle mir ja schon beim Equipment das schwierig vor. Man ist ja als Taucher bereits schon mit allerlei ausgestattet und dann hat man jetzt noch Kamera etc. mit. Wie verhält es sich damit? Ja, also wir drehen mit den ganz normalen Kameras, mit denen an Land auch gedreht wird. Aber die brauchen natürlich ein spezielles Gehäuse, damit die vom Salzwasser, überhaupt vom Wasser geschützt sind. Und das macht halt das Ganze einfach nochmal riesengroß. Also diese Gehäuse für die Kameras, die sind teilweise zwei bis dreimal so groß wie die Kamera selber. Das ist unglaublich schwer. Die sind meistens aus massivem Alu oder Metall. Dann braucht man, damit das Unterwasser nicht einfach absagt wie ein Stein, braucht man dann Vorrichtungen, damit das Ganze wieder im Wasser neutral austariert ist. Man braucht Lampen, unter Wasser ist eigentlich alles Low-Light-Ambiente, außer man ist ganz flach, also müssen wir Lampen mitnehmen, externe Lichtquellen. Also man hat nachher wirklich so ein Riesenapparat dabei. Die Kamera ist relativ klein da drin, aber diese ganze Technik ist wirklich groß, schwer an Land. Also zusätzlich zu den Tanks und der ganzen Ausrüstung, die wir mit uns rumschleppen, hat man eben auch noch eine 15 bis 20 Kilo Kameraausrüstung oder mehr dabei. Und das Schöne ist, sie verzeihen keine Fehler. Also die Sache ist die, wenn man da runter ins Wasser geht, dann ist man dort. Und so ein Tauchgang dann für so eine Produktion ist dann auch nicht günstig, sondern das sollte dann in dem Moment passieren. Und wenn man dann einfach mal das Landscape, den Objektivdeckel, mal drauf lässt und ist dann auf einmal auf 25 Meter Wassertiefe und sieht nichts durch die Kamera, dann ist das halt ein Problem. Oder der Akku ist nicht getauscht worden vorher oder solche Sachen. Man hat halt unter Wasser keine Chance mehr, dann so einen Fehler auszugleichen. Man bricht den Tauchgang dann ab, geht nach oben. Oder halt Wasser läuft in das Kameragehäuse rein. Das ist dann einer der richtig guten Momente, wenn dann der Kameraoperator die ersten Tropfen sieht, die runterlaufen. Und ich dann nur noch panisch anschaut und so, ich gehe jetzt nach oben. Und so, warum denn das Gehäuse läuft voll? Aber seid es wirklich da nur ihr zwei oder habt ihr irgendwie ein Team? Also ihr könntest ja nicht, schleppt ihr zehn Koffer mit euch rum mit dem ganzen Zoll? Ja. Ja, wir reisen mit Maximalgepäck plus nochmal ein Gepäckstück mehr. Also jetzt auch gerade auf der Tour, ich sehe immer Leute, die haben einen Rucksack auf und so einen kleinen Trolley und ich gucke die immer nur traurig an und denke mir, oh, wäre das schön. Und es ist immer so, die Hoffnung, hoffentlich wiegt keiner das Handgepäck. So, dann den Rucksack, den man mit sich rumschleppt, dann strengt man sich immer an, so zu tun, dass der möglichst leicht aussieht. Aber wir sind das Core-Team, also wir machen das zusammen hauptsächlich. Das Schöne ist im Laufe der Zeit, es ist halt Tauchen, es ist eine Community. Wir sind, wie man auch in dem Film schön gesagt hat, die Taucher halten zusammen. Und im Laufe der Jahre haben wir auch viele Leute kennengelernt, die auch unter Wasser drehen, die uns dann vor Ort immer wieder gern helfen. Denn zum Beispiel jetzt in Indonesien haben wir mit 16 Walhaien zusammen gedreht und waren am Schluss, ich glaube, vier Kameraleute, die da im Wasser waren und richtig coole Aufnahmen gemacht haben. Den zeigt ihr dann hoffentlich nächstes Jahr. Auf jeden Fall, ja. Jetzt hast du gesagt, es muss in dem Moment dann passieren, wenn ihr quasi unter Wasser geht, aber das ist ja oft gerade eben nicht der Fall. Es ist ja nicht so, dass man unter Wasser taucht und dann schwimmt da direkt ein Hai entlang oder eine Schildkröte oder sowas. Und andere Regisseure beschreiben ja auch immer, was für eine absolute Geduldsprobe das ist. Man muss zum Teil Monate warten auf den einen guten Shot. Das heißt Geduld und wahrscheinlich Glück spielt da eine große Rolle. Also tatsächlich ist das das größte Problem. Also Tauchnern sicher hat viele Probleme, aber unsere Kollegen vom Land, die hocken sich dann ins Tarnzelt und warten dann drei Monate auf den Bären, der vorbeikommt und den Lachs frisst oder so. Die Möglichkeit haben wir einfach nicht. Und das ist auch tatsächlich schon das erste große Problem beim Unterwasserfilmen, ist man es zeitlich sehr limitiert. Also wir mit unserem Setup, was wir momentan tauchen, ich habe ein paar mehr Tanks dabei, schaffen wir so bei einer normalen Tiefe, nichts übertriebenes, circa 90 Minuten, die wir unten bleiben können. Aber dann sind die Tanks auch restlos leer. Und jetzt hatten wir das Problem oder das Thema, wir sollten ein Seepferdchen drehen. Also Thema Seepferdchen. Dann springst du da ins Wasser, an einem Ort, der heißt Seahorse Bay, also da sollten die sein und dann fängst du an zu suchen. Und dann ist es ja das Problem, wir sollen ja nicht nur das Seepferdchen einmal kurz 30 Sekunden filmen, sondern wir sollen ja den besonderen Moment in einem Seepferdchenleben mitbekommen. Also dann tauchen wir los, 50 Minuten, bist du dann nur Seepferdchen, 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 wo ist dieses Seepferdchen? Und die sind auch gut getarnt, die Jungs. Und dann Seepferdchen, Seepferdchen, Seepferdchen und dann nach 50 Minuten sie auf einmal Seepferdchen. Ich so, jetzt können wir ja nicht anfangen zu arbeiten. Und dann geht es halt los. Und dann sind wir da in 12 Meter Tiefe und sie fängt an, dann das Seepferdchen zu drehen. Und dann sind Seepferdchen aber auch so, die sind ganz cool, die sehen eine Kamera und dann drehen die sich erst mal mit den Rücken zu dir. Das heißt, du nimmst dann eine GoPro und stellst sie erstmal hin, dann denkt das Seepferdchen, eine GoPro, da drehe ich mich mal von weg. Und dann schleicht sie von der anderen Seite mit der anderen Kamera ran. Gibt also auch noch ein paar Tricks dabei. Und das ist tatsächlich neben den ganzen Haifischen das größte Problem, dass wir immer ziemlich stark am Limit tauchen. Also als Taucher hat man ja das Problem der Taucherkrankheit, der Dekompressionskrankheit. Man darf nur eine gewisse Zeit auf einer gewissen Tiefe sein, bevor das für unseren Körper gefährlich wird. Und dadurch, dass wir immer wieder so lang wie möglich mit diesen Tieren Verhalten drehen müssen, bleiben wir da halt auch genau so lang, wie wir können und manchmal auch ein bisschen länger. Und da im Endeffekt beginnen dann die wirklich gefährlichen Probleme. Dadurch, dass man halt in einer anderen Atmosphäre ist als an Land, muss man da immer ein bisschen pushen und auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu lange pusht. Beziehungsweise, ihr müsst dann Dekompressionsstops einlegen, wenn ihr wieder hochtaucht. Genau, genau. Und das ist halt, Kameraleute sind natürlich dann, oh, Seephärtchen, fixiert da drauf und bleiben da auch und gucken dann nicht mehr auf den Computer. Und da bin ich dann im Endeffekt der Sicherheitstaucher und meine so, wir müssen langsam mal wieder an den Aufstieg denken, weil wir haben eventuell nicht genug Luft dafür. Ja, aber genau, das ist es halt dann. Wenn man dann wirklich das gefunden hat, was man filmen will und das dann auch erst mal den ersten Schreck überwunden hat, oh, jetzt werde ich gefilmt, dann will man halt wirklich alles kriegen, was nur geht, weil keiner garantiert halt, dass man auftaucht, eine Stunde wartet, wieder reinspringt an der gleichen Stelle, dass man es wiederfindet. Also das ist halt tatsächlich wirklich knifflig unter Wasser. Das ist an Land teilweise ein bisschen leichter, wenn man Tiere an Land filmt. Ja, unter Wasser ist, also auf jeden Fall viel, viel Glück gehört auch dazu, ja. Jetzt hast du eben schon mal die Haie erwähnt, mit denen man ja auch unter anderem taucht oder auch die Mantarochen, mit denen ihr gedreht habt, die sind ja jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Hattet ihr schon mal irgendwie brenzlige Situationen oder wisst ihr, was man macht, wenn jetzt ein Hai plötzlich ein bisschen aggressiver scheint? Haie sind wie Hunde. Haie sind wie Hunde, die machen eigentlich erst mal gar nichts mit uns, die haben tatsächlich sehr viel Respekt vor uns und mögen uns eigentlich auch gar nicht, weil wir dort nicht hingehören und wir sind für Haie auch viel zu laut. Wir machen diese Blubberblasen, wenn man mit einem offenen System taucht und das schreckt die sehr, sehr stark ab. Und wir sind auch sehr groß, also Haie werden zwar, manche Haie werden wesentlich größer, aber so als Taucher mit den Flossen dran und diesem Metalltank auf dem Rücken ist man schon auch ein ziemlich großes Objekt unter Wasser. Das Haie eigentlich tendenziell erst mal als, okay, das könnte mir irgendwie auch gefährlich werden, einstufen. Es gibt ja auch Tiere, also man sagt ja auch oft, Barracudas oder Moränen sind eigentlich viel gefährlicher, zum Teil für den Menschen. Wir sehen auch in Le Grand Bleu gleich am Anfang eine Moräne. Generell, gab es mal eine heikle Situation mit einem Meerestier, ob es jetzt ein Hai war oder ein Hai? Also jetzt tatsächlich nochmal zurück zu den Haien. Jeder Taucher freut sich sehr, wer ein Hai sieht erst mal und es ist tatsächlich sehr selten geworden, dass man Haie wirklich sieht. Und dann ist auch ein Problem beim Film wieder, an Land hast du dann eine lange Teleoptik, mit der du den Bären halt ins Nasenloch ziehst, aber das kannst du unter Wasser nicht machen. Das heißt, wir müssen immer recht nah an das Tier ran und das ist bei Haien tatsächlich schwierig, weil die Abstand halten. Es gibt aber auch Arten, die sind ein bisschen neugieriger und es gibt, als Taucher lernt man das dann auch kennen und weiß so, der Hai ist okay und dieser Hochsee-Weißspitzen-Riff-Hochsee-Hai, der ist eventuell sehr, sehr neugierig und die kommen dann auch mal ein bisschen näher. Und da gibt es dann auch Verhaltensweisen, wie man mit Haien umgeht und wie man die auch lesen kann, ob die jetzt gestresst sind oder ob die keinen Hunger mehr haben oder was auch immer. Aber es wurde noch nie ein Taucher aufgefressen, sondern immer nur angebissen. Tatsächlich unter Wasser mit Tieren, die gefährlich sind. Es gibt tatsächlich das tödlichste Tier der Welt, das haben wir vor ein paar Tagen erst gedreht und da bin ich auch immer so, das ist im Endeffekt so groß. Das ist der Blauring-Oktopus, der ist wirklich hübsch, wenn man denen nämlich Angst macht, dann zeigt der blaue Ringe auf seiner Haut und sagt dir damit, nein, keinen Meter weiter. Und da muss man aber auch nah ran. Und dann filmt sie das kleine tödlichste Tier der Welt im Endeffekt so. Und ich immer, wie erkläre ich das ihrer Mutter? Aber du hast natürlich noch die große Kamera dazwischen. Und dann soll der ja auch blaue Ringe zeigen. Also ein bisschen gestresst soll der auch sein. Und dann ist das schon so Momente. Aber tatsächlich ist das Gefährlichste erstmal Vernesselungen. Alles da unten ist im Endeffekt irgendwie giftig und wenn man es anfasst, was man eh nicht machen sollte, dann kriegt man meistens irgendwelche Vernesselungen und das juckt dann sehr, sehr viel. Also Quallen sind immer ein Thema und deswegen als Taucher bist du einmal komplett angezogen. Aber es passiert, dass man sich mal ein bisschen verbrennt. Also grundsätzlich ist es so, unter Wasser, selbst die gefährlichen Meerestiere, der Blauring-Oktopus oder es gibt ja auch Seeschlangen, die auch ein sehr, sehr starkes Gift haben, die Tiere sind eigentlich sehr sanftmütig, wenn man das so sagt. Also die sind halt überhaupt nicht aggressiv. Für die ist das auch wirklich nur das allerletzte Mittel in der Selbstverteidigung, dass die dann ihr Gift irgendwie einsetzen zur Verteidigung. Also mit Meerestieren hatten wir noch nie eine brenzlige Sitzung. Doch, doch, doch. Okay, vergesse ich was. Du wurdest mal gebissen. Oh, ja. Ich wurde einmal, ja stimmt, ich wurde gebissen von einem Clownfisch. Clownfisch. Ah, ja. Nemo ist nämlich viel gefährlicher, als man denkt, gell? Wirklich, tatsächlich. Ja, tatsächlich, Nemos Clownfische sind, die sind wirklich aggressiv. Also die wohnen halt in ihrer Anemone und die verteidigen die gegen, egal was kommt. Wir haben Clownfische Schildkröten attackieren sehen und einmal bin ich denen halt dann auch beim Filmen zu nah gekommen und der hat mich dann in die Hand gebissen. Und tatsächlich, ja, es hat ein kleines bisschen wehgetan. Ich hatte zwei Tage lang einen Abdruck. Wir haben den Schrei auf Kamera. Aber, nee, also, wenn man die Tiere mit Respekt behandelt und die jetzt nicht in der Ecke drängt und, klar, wenn ich meine Hand zu einer Muräne in deren Loch stecke, würde die mich wahrscheinlich beißen. Aber das würde man jetzt bei einem Löwen oder so ja auch nicht machen. Also, tatsächlich, Tiere, mit Tieren unter Wasser hatten wir keine brenzligen Situationen. Dann kommen wir zu den schönen Momenten. Was war denn von den ganzen vielen Sachen, die ihr gedreht habt, so, dass, gibt es irgendwie so etwas ganz Besonderes, wo ihr sagt, boah, das war wirklich eins der großen Highlights, als wir das gefilmt haben? Du fängst an. Also, gibt es tatsächlich, gibt es viele Momente. Ich glaube, für mich so einer der, eine der schönsten Situationen unter Wasser ist es immer, wenn wir irgendwo tauchen, wo die Unterwasserwelt noch wirklich intakt ist. Also, wir haben schon so viel Veränderung gesehen, unter Wasser Sachen, die kaputt gehen oder auch einfach leeres Meer, wo keine Fische mehr leben. Wenn wir irgendwo am Tauchen, am Filmen sind und es sieht alles intakt aus, alles ist da, was da sein sollte, das ist immer ein Moment, der mich wirklich berührt. Und das zu filmen, ist auch immer etwas ganz Besonderes für mich. Ja, es ist wirklich schwierig, weil das Schöne am Meer ist, man kann so viel Schönes erleben. Ja, und es gibt da so viele coole Wesen da unten. Eines meiner schönsten Momente tatsächlich sind die Mantarochen. Die sind auch wirklich friedlich, die haben noch nicht mal einen Stachel. Die schwimmen den ganzen Tag nur mit offenem Mund rum und fressen und sind wirklich sehr majestätisch. Und auch sehr, sehr groß. Also, es gibt eine Art, das ist der ozeanische große Manta, der, ich glaube, das Größte, was wir gesehen haben, war so sieben, acht Meter Spannweite, also fast der Raum hier, die Hälfte, more or less. Und wenn du dann da auf 40 Meter im Riff hängst, in voller Strömung, und auf einmal kommt der von hinten über dich drüber und verdunkelt im Endeffekt die Sonne und du bist unter dem drunter, weil es ist einfach ein magischer Moment. Und die mögen auch unsere Blubberblasen, weil die können sich selber nicht kratzen. Und deswegen merken die, oh, Blubberblasen am Bauch, das ist ja ganz angenehm. Und dann kommen die auch immer mal wieder. Die sind sehr, sehr neugierig, haben wirklich, wirklich coole Tiere. Und vielleicht auch nochmal jetzt auch mit Bezug auf Mittelmeer, hatten wir letztes Jahr das Glück gehabt, drei Monate dort zu drehen, vor Griechenland, und waren da unter einem Fisch, eine Fischfarm, im Endeffekt eine Fischfarm. Und das ist ein riesiges Netz, 20 Meter Durchmesser, drin ist der Fisch, den man bei Aldi und Lidl kaufen kann. Und das Problem ist, in dem Netz sterben halt auch Fische an Altersschwäche oder so. Und die sacken halt zum Boden dieses Netzes ab. Und dort gibt es einen Taucher, der macht das schon mehrere Jahre, der muss da alle zwei, drei Tage, geht er raus und öffnet dieses Netz, um die toten Fische in die Tiefe fallen zu lassen. Und das haben die Delfine dort mitbekommen und haben sich gedacht, das ist ja mega, das ist ja Fast Food, da gibt es ja was umsonst. Und das heißt, wenn er da schon mit seinem Boot ankommt, kennen die Delfine schon das Geräusch des Motors und fangen schon an, das Boot im Endeffekt zu begleiten. Und wenn er reinspringt, dann öffnet er das Netz und die warten da schon. Und als wir dann da mit der Kamera waren, hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert. Und dann hingen die Delfine so sechs, sieben Stück an ihm dran und haben ihn schon so angedotzt. So, hier, komm, komm mal hier, Hunger. Mach mal auf, mach mal auf. Mach mal hin, ja. Wahnsinniger Moment. Und dann macht er dieses Netz auf, fünf Kilo Fisch, Abfälle fallen auf Claudia runter und dann sind die Delfine da und scannen das. Mit ihrem Sonar hörst du die Geräusche, scannen im Endeffekt die besten Stücke raus und fressen die dann. Und was dann runterfällt, wird von was ganz Besonderem, Thunfischen im Endeffekt dann auch noch gefressen. Und jetzt reden wir nicht von so einem kleinen Thunfisch, sondern wir reden da von einem drei Meter Tier, was im Endeffekt wie eine Kuh aussieht am Schluss da unten, aber eine immense Power hat. Also alle sagen immer, Haie sind die Könige der Ozeane. Das stimmt nicht. Thunfische, die jagen, sind der absolute Wahnsinn. Wenn du die siehst, dann fangen die an so ein bisschen zu zittern, bauen ihre Muskeln auf und dann in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Dann hast du da so 20 Tiere unter dir, drei Meter Größe fressen den Rest, guckst hoch, hast dann da sechs, sieben Delfine und oben drüber ist dann dieses Netz, was auch noch so eine ganz abgefahrene Atmosphäre macht. Und das war definitiv ein ganz, ganz besonderer und beeindruckender Moment. Aber ich muss dann auch wieder ein bisschen runterholen, auch ein bisschen trauriger Moment, weil diese Delfine natürlich nur dort sind, weil sie draußen im Mittelmeer nichts mehr finden. Also alles hat seine zwei Seiten da unten tatsächlich. Und ist jetzt noch quasi irgendwas auf eurer Bucketlist sozusagen eine Sache, die ihr unbedingt gerne mal aufnehmen würdet, ein Meerestier, was euch noch fehlt, wenn ihr jetzt sogar Walhaie, die Riesen des Meeres irgendwie habt, ist da noch was, wo ihr sagt, oh, das würde ich unbedingt gerne mal auf Kamera festhalten? Also definitiv. Das Problem ist, die Liste wird nicht kleiner. Das ist tatsächlich das größte Problem. Ich träume von Pottwalen. Ich würde gerne mal einen Pottwal unter Wasser. Ich muss auch sagen, ich habe auch auf meinem letzten Trip einen Haken hinter eine Bucketlist gemacht, die ich lange hatte. Acht Jahre habe ich dieses Tier gesucht. Das ist der Bobbit Worm. Auf Deutsch heißt der? Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ah, okay. Sie? Ein Borstenwurm. Ein riesengroßer Borstenwurm, der aussieht, als stammt er aus Dune. Ja, also Dune lief ja jetzt gerade erst. Mit Regenbogenfarben schillern. Und dieser Junge ist das absolute, der ist gemacht für Albträume. Also wir reden hier von 1,5 Meter langen Wurm. Das ist circa so dick und der hockt im Sand und hat so zwei Scheren und damit wartet der nur, dass ein Fisch vorbeikommt. Zack! Und zieht den runter in den Sand. Das sind Albträume pur. Den habe ich lange gesucht und tatsächlich jetzt auf dem Trip das erste Mal gefunden und dann gleich 1,5 Stunden mit dem verbracht. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Wahnsinn, ne? Wen willst du noch treffen? Für mich glaube ich wären es Buckelwale. Also wir haben zwar schon Wale gesehen, aber wir waren noch nicht mit denen im Wasser. Und das ist was, wovon, also das ist für mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit oben auf der Liste. Dann kommen wir jetzt nochmal kurz zu Le Grand Bleu. Den hattet ihr genannt, auch als Film, den wir zeigen könnten im Rahmen dieser Veranstaltung. Hat der euch in irgendeiner Form beeinflusst oder die Liebe auch zum Tauchen irgendwie mit dazu beigetragen, dass ihr die habt? Also für mich sind die ersten Minuten dieses Films definitiv daran schuld, dass ich heute mache, was ich mache. Also ich habe den Film sehr, sehr jung gesehen und als die, wenn die Kinder, ich will jetzt nicht spoilen, aber wenn die da dieses Geld rausholen aus dem Wasser am Anfang, das hat mich ja sehr stark an mich selbst erinnert, weil ich das dann danach auch noch die ganze Zeit gemacht habe und ich finde es eine der coolsten Szenen in der Filmgeschichte tatsächlich. Ja und auch die Szene mit der Badewanne, ne? Genau, die Szene mit der Badewanne, ja. Ich werde bestimmt auch als Rentner irgendwann einfach nur noch mit dem Schnorchel in der Badewanne liegen und warten. Und ihr habt selbst da auch schon getaucht, wo der Film quasi spielt oder wo Jacques Maiol auch quasi seine Rekorde aufgestellt hat? Ja genau, das war ja, soweit ich weiß, auf der Insel Elba in Italien und da waren wir jetzt auch schon drei oder vier Mal, meine ich. Und das ist auch wirklich eine richtig, richtig schöne Region im Mittelmeer. Also da ist auch noch alles in Ordnung. Unterwasserwelt ist intakt und genau, da gibt es tatsächlich auch einen Gedenkstein für Jacques Maiol, an den man dann hintauchen kann. Den man dann immer sauber macht, wenn man vorbeigeht. Ja, schön. Gibt es denn vielleicht noch Fragen aus dem Publikum? Alles richtig gemacht. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Irgendeine ganz tolle Anekdote, die noch irgendwie fehlt? Sind wir noch gut in der Zeit? Ja stimmt, wir haben noch ein bisschen. Wir sind jetzt eigentlich, weil Le Grand Bleu ein bisschen länger dauert als der Dolphin Man, sind wir eigentlich am Ende der Zeit, die wir haben. Ah, ist gar kein Problem. Ich finde immer noch ein letztes Wort für sowas. Also ich möchte euch allen ans Herzen legen, tatsächlich mal einen Blick in den Ozean zu werfen, auch mal tauchen zu gehen oder schnorcheln zu gehen und eure Liebe für den Ozean zu finden, weil der Ozean ist tatsächlich daran schuld, dass wir hier auch im schönen Frankfurt die gute Luft haben und wir müssen wirklich darauf achten, dass es unseren Ozeanen gut geht und da gibt es viele Wege, wie man auch hier weit weg vom Ozean im Endeffekt was Gutes machen kann und unseren blauen Planeten blau halten. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei der Kinofassung von Le Grand Bleu. Wir zeigen später im Monat auch noch mal den Directors Cut, der ist noch ein bisschen länger. Wer also beide Fassungen vergleichen will, hat dazu die Chance und Dolphin Man dann hoffentlich im nächsten Monat, wer das noch nachholen möchte, den Dokumentarfilm über Jacques Maiol. Dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euch ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und mit mir gesprochen habt und ja, alles gut für euch und viel Spaß beim Film. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank.